Der Krankeste von euch allen, Mann. Ich bin der, der immer leise ist und als erster stirbt. Wir können jetzt hier einfach geradeaus gehen, gucken. Ja, einfach mal. Gucken, ob es vielleicht jemand hier ist und es wird lustig. Oh, wieso läuft der eine hier und der andere da? Ja, auch Teil. Hier ist einer. Ja, in der Bewerber. Ja, in der Bewerber. Geh auf die Punkt. Das war auch einer. Irgendwas, entweder zum Büro oder einer. Ja, ist das, oder? Echt drin. Wir wissen, wo der ist. In der Feuerwehr, nicht? Irgendwo? Dein Fakt, Max, du bist schön, Mann. Vorsicht, die Füße. Links an der Feuerwehr. Max, komm zurück. Turm, Turm, Turm. Ich schau oben. Soll ich schießen? Das ist ein Problem, ja, das ist ein Problem. Ja, wenn es was bringt, ne? Ohne, das bringt nichts. Ist da einer drauf, ja? Ja, kann aber den Back genug haben und nach oben. Das war alles klar, Alter. Ja, ich nehm den mit. Die zwei sogar. Oh scheiße. Okay. Vorsicht. Vorsicht. Die zwei, ich bin, hilft mir, der ist auf dem Tor raus. Wo bist du? Bleib draußen, bleib draußen. Ich bin in der Feuerwehr. Ich bin unmächtig, die töten, bitte. Hast du ihn? Hast du ihn getötet? Hast du ihn getötet? Ich bin unmächtig. Nein, noch da. Zweimal getroffen. Wer ist jetzt hier, wer? Er ist ganz genau angezogen. Ey, bist du das? Bist du das Schwarze jetzt hier? Das Grün ist angezogen, hier. Scheiße. Fuck. Ich bin das, der Schiefer. Nein! Schieß nicht auf mich, Mann. Ich bin doch einer. Ich hab mich auf dich geschossen. Ich hab doch das Zombie geschossen. Ja, okay. Hier liegen jetzt die gleiche. Ich bin nicht unmächtig, Mann. Scheiße. Dann machen wir das auch. Echt? Klar, aber ich sag, die anderen schießen immer schwer. Wenn die anderen schießen, dann schieh dich zurück. Wer ist das hier? Bist du das? Von der Schule? Für Kölnjörgke? Hier ist einer bei der Feuerwache. Mit Sachen? Warte, ich helfe den Kot, mit Zombies. Anscheinend nichts. Ich bin an der Kirche. Ich bin an der Kirche. Wenn die Achse endlich kommt. Oh, das Dach wird noch. Oh mein Gott. Oh, hier ist ein Typ mit ne Maske. Alter. Warte. Ja, der schießt auf die Zombies. Warte mal. Hey, Mann. Hey, what's up? Ist du das da an der Kirche, bei der Kirche? Hey, Nutt. Was geht? Not shot. Hey, Nutt. Hey, Nutt. Hey, Nutt. I'm not going to kill you. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Wir gehen, glaube ich, zusammen. Das sind Babys, Mann. Geh da weg, Nutt. Dude! Dude! Stop running, please! Die Babys. Please! Ja, der ist 14 Jahre alt. Please, please, please. Please, please, please. Achso, er will auch mal drauf weg. Der hier bei mir auch. Der hier bei mir auch. Aber der hat mich erschossen. Der hat mit dem Revolver geschossen auf die Zombies. Und dann war gut. Er hat mich nach Essen gefragt. Aber... Ja, mich auch. Der sucht mich gut hier. Ja, wenn es den Weg ist, der wird euch sowieso erschießen wollen. Ja, töten wir die. Ja, kommt hier hin, dann können sie die töten. Das ist egal. Wir sind gleich da. Der läuft mir hinterher. Aber die spielen schon ohne Schuhe, nicht? Das heißt, die spielen schon. Der will sofort schießen, Mann. Der will sofort... Ja, dann läuft weg. Scheiße. Natürlich, war ja klar. Ich lauf immer an den Häusern vorbei, so durch die... ... die Grundsiedlung. Oder kommen wir entgegen. Wenn wir jetzt gleich in der Decke wurden. Ja, oder so. Wenn das... In das Riegel liegt. Hier ist noch einer. Am Hafen entlang am besten. Scheiße, jetzt kommt noch ein zweiter. Jetzt habe ich alle beider. War schon krass, ey. Okay. Normalerweise hätte ich ihn sofort nach Hause geschossen. Ja, und jetzt machst du es meine, jetzt ist es halt. Hm. Also wirklich. Ich lauf ihn ja ein bisschen hinterher, aber dann fängt er sofort an zu schießen. Ja, okay. Wenn du stehen bleibst, du ziehst das. Das beobachten ja. Das macht nicht. Und dann zuckt er die. Hast du eine Waffe oder so? Ja, aber ich habe keine Munition. Er läuft mir immer noch hinterher. Jetzt Richtung Strand. Dann ist der Strand hingegen. Dann haben die mich schon... Dann haben die mich schon... Dann haben die mich schon, weil ich keine... keine Waffe, äh, habe. Er ist ja... Weil... Er hat mich auch mit Frech... Frechst Ball an der Sprache zu schießen. Nein. Komm am Strand, mir entgegen Richtung Tschernow. Gefühlt Minute bin ich in Tschernow. Ja, die... Schießt danach. Für zwei. Ja, schießt dahin. Was soll ich denn zu, oder? Wir laufen jetzt nebensamt. Also hinterher. Das ist falsch. Wie soll's? Bei... Bei Bahnhof, ne? Ja. Ja, ja, ich sehe euch. Ich kann euch mal hinterher. Ich kann euch... Ich kann euch... Ich kann euch... Wie kann ich irgendwie erschießen, denn? Der eine versucht mir echt. Ja, ich hab doch gar keine Waffe. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Schießt der mit... Mit dem Revolver? Ja, der eine läuft. Der will mich hinterher. Dann haben wir noch ne andere... Lukas? Ja, aber... Hast du gesteht euch zu kicken? Nee. Ja, verstehe ich. Ich bin gestehen gewesen. Ich seh dich nicht mehr. Ich bin bei euch weitergelaufen. Ach, da verstehst du. So, wir laufen aus Elektro jetzt bald raus. Nach links. Nach links. Nach links. Hinter dem Alttitel nach links. Ich kann nicht durch die Stadt. Obwohl, der kommt ja schon hinterher. Hier, siehst du mich? Ja, ich sehe dich schon. Lauf, nach links. Laufst du gerade über die Schienen? Ja. Wo seid ihr genau? Nach hinten an den Schienen. An der Straße am Schienen. Da kommt noch einer hinterher, ne? Ja, es sind zwei, ich weiß. So, jetzt laufe ich die Hauptstraße. Einer ist gleich hinter dir und einer ist noch so 100 Meter weiter. Jetzt laufe ich die Hauptstraße, wo der Bahnübergang ist runter. Der läuft nach links an der Mauer. Mein Trip läuft mir hinterher durch die Stadt Richtung Hafen. Richtung Hafen? Ja, Richtung Hafen. Ich bin gleich am Hafen. Wir laufen fast am Tech-Gebäude vorbei gleich. Oh, ne, das ist die Schule. Ne, das ist nicht die Schule. Was ist das Krankenhaus? Was weiß ich. Ja, ich habe ihn recht. Ist mir ganz nah hinterher. Ich gehe mal auf das Dach von den G-Street-Industrie. Wie gut das jetzt kommt, müssen wir sie töten. So, ich laufe nach rechts Richtung Cerno, Amstrand. Perfekt. Perfekt, mach das. Mal jetzt noch seine letzten Bewegungen. Zeig mir, wer von der Schicht ist. Bist du das? Ich bin blau. Und hier, der hintere. Schießt den hinteren ab. Scheiße, schießt den ab. Boah, Alter. Hinterher. Jetzt hat sich der Spieß umgedreht. Wieso habt ihr nicht geschossen eigentlich? Ja, weil ich nicht wusste, wer wer ist. Der stand so nah dran. Er ist hier, an der Schule. Das bist du. Das bin ich, ja. Jetzt sind die zu zweit hier irgendwo. Bin ich, das ist Lukas. Einer läuft. Ja, ich war schon. Da hinten habe ich was gesehen. Ich laufe über die Straße. Komm, Kina. Ja, da ist er. Da läuft ein Zombie irgendjemand hinterher. Ja, ich habe ihn hier. Er läuft hier ins Haus rein. Welches Haus? Hier, wo ich bin. Auf der Straße. Hier ist er durchgelaufen. Hm, okay. Zu spät. Lass ihn gehen. Das ist jetzt doof. Hast du mir Mosi-Munition? Ja, ich habe Mosi-Munition. Dann... Sei so gut. Und lass uns den diesen bewaffnen. Boah, nicht dich. Ja, lass woanders hingehen, bitte. Irgendwo verstecken. Habt ihr keinen, äh, erwischt? Nein, irgendwie nicht. Ich bin durchgelaufen. Wieso habt ihr nicht geschossen eigentlich? Ja, der stand einen Meter hinter dir. Ich wusste ja nicht mal, was da abgeht. Fertig laufen da zwei Typen. Ich dachte, der will dich abschießen. Ich sag doch die ganze, der läuft mir da hinterher. Aber dass der Meter hinter dir ist, das habe ich nicht gewahrt. Ja, der ist gerade an mich langgegangen. Na ja, gut. Wir machen die Türen hier zu. Na ja, schnell hinterher. Ich will jetzt nicht vier Märchen... Ich weiß ungefähr, wo sie sind. Also können wir sie einkreisen. Das ist jetzt ein bisschen komplexer. Ich muss nicht erstmal hier rankommen. Okay. Hier, der grüne schon mal. Warte, den ich jetzt lege. Da kannst du schon was rausnehmen. Das ist ein Null. Nimm sie. Nimm sie einfach. Das sind 20. Der will nicht. Jetzt? Mhm. Ich glaube, jetzt habe ich nicht alles los. Perfekt. Wir sind etwa 40 Schuss. Das muss reichen. Ja. Später kann ich genau was geben, wenn es rausgeht. Ja, ich guck mal raus. Denn der kleine Pferde war schon mal... Ja. Der guckt, wo ich mich verstecke oder so ähnlich. Oh, man. Skrill 4. Über 14 hier. Geht. Nein. Das ist ein Zombie der Ziegel. Der schwarze Ziegel. Rassistenzombie. Ich bin hier an der Gescheizung. Ich bin hier an der Gescheizung. Okay. Eins von euch habe ich gar nicht gesehen. Wir reden hier eigentlich. Der ist ja gar nicht mehr drauf. Hä? Na klar. Ganz oben. Ganz oben. Halt nur in meinem Mund. So komisch, wenn ich mal nicht rede. Die haben eine Maske auf, ne? Also der eine. Und sie laufen sie spielen barfuß. Also die unterscheiden sich dadurch, dass sie überfüßt sind. Das ist also dumm so. Naja. Dann zieht auch die Schuhe aus. Wir könnten ja auch machen. Warum das denn? Jeder weiße Schuhe hat oder keine Schuhe hat, da ist... Da läuft jemand übers Feld, oder? Rechts, links. Ne, ist einer von euch bei dem orangenen Haus? Wir sind doch hier zu dritt. Ne. Die sehen ich aber raus und raus. Da laufen so ein bisschen. Die laufen jetzt über die Straße. Orange ist auch. Wo ist das? Über die Gleisen da. Ganz hinten, ne? Zur Hauptstraße hin. Ganz hinten. Ja, ja, genau da, wo wir den Fight hatten letztens. Mhm, okay. Kommt ihr, guck mal. Da, auf der Höhe. Müsst jetzt auf der Hauptstraße sein. Und wem bin ich denn hier? Ich laufen jetzt über die Hauptstraße. Wir laufen Richtung Elektro rein. Ne, wo seid ihr denn wieder raus, Mann? Auf der Hauptstraße. Auf der Hauptstraße. Sehr schön. Okay. Mit, äh, Waffe in der Hand. Mit, welche Richtung laufen sie? Im Bahnhof? Richtung, Richtung Elektro. Mhm. Auf der Hauptstraße entlang jetzt. Kommt mal mit, Leute. Ja, wir waren auf der Hauptstraße. Haben sie nicht gesehen. Da könnte ich zuvor schon Haus sein. Sind schon vorbei, ne? Gut. Oder nicht? Wir sind jetzt schon fast bei der, bei der Feuerwache. Also, wir sind schon ziemlich weit in der Elektro rein. Ja, meine ich. Das meine ich. Aber ich sehe nur einen. Ich sehe hier nur einen rennen. Die Zombies hinter sich. Ich rette zu den Gleisen. Ja, ich renne jetzt auf. Mit lila in einem Rucksack. Am orangenen Haus bin ich jetzt. Der ist da rein in diese Scheune hier. Am Bahnhof. Wo siehst du das, Alter? Ich bin auf dem Dach von dem Gebäude hier. Da, der rennt weiter. Der rennt Richtung Feuerwache. Ich bin an der geschlossen Kreuzung. Also Kreuzung. Bahnübergang. Außer Kreuzung? Also Bahnübergang bin ich jetzt. Bahnübergang. Bin hinter ihr. Gern nicht erschrecken. Ah. Das ist Orangenhaus. Wir waren am peitschen Orangenhaus. Der ist jetzt bei der Feuerwache. Zu zweit oder alleine? Mit Waffe. Alleine. Wir sind 500 Meter vom Bahnhof. Ja, ich sehe euch jetzt. Ich sehe euch. Einer hat einen roten Rucksack, ne? Ja. Oder zwei sogar. Ja, okay. Ich sehe euch alle drei, ja. Nee, die sind nur zu zweit. So, ich komme jetzt runter. Ich bin jetzt beim Bahnhof. Der ist bei der Feuerwache vorbei gerannt. Wer hat geschossen? Hinter dir war einer. Schön, Lukas. Oh, da schieß einer mit einer Shotgun. Nee, das war der Lukas. Der hat immer erschossen. So. Oh, was? Der hat einen typisch erschossen, der Lukas. Sorry, Mann, ey. Ich dachte, das wäre... Heftig. Fett, Mann. Ich bin erschossen jetzt. Ich habe noch was abbekommen. Ich bin, dass der jetzt kommt. Ich bin, dass der jetzt kommt, ne? In weiß. Ey, hinter dir ist ein Zombie, kann es sein, ja. Ja, 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 genau. Zwei. Okay. Ich schmeiß mal die Sachen raus. Da hat er irgendwelche komischen Sachen dabei. Da ist ein Bambi, wer ist das? Ich, ich, ich. Hier sind wir schon zu viert, okay. Und wo ist der andere Spieler? Hier. Keine Ahnung. Ne, da war noch jemand. Gut, das hat irgendjemand erschossen. Einer ist, äh, bei der Feuerwache vorbei, wie gesagt. Mhm. Okay, ich guck weiter. Der mich jetzt irgendwo in Elektro rumgeistern. Und der Typ wollte mich ab, 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 abmorgsen. Ja, den hab ich erschossen. Das war ja sauber. Aber ich hab nur den... Ich sag mal, was der hat. Was? Ich bin doch am Leben nah an ihm. Ich seh natürlich nix. Ne, ne, ne. Ja, ich hab nur... Hä? Standst einen Meter hinter ihm mit der Pumpe. Beim besten Willen, Mann. In den Rücken. Der steht nicht mehr auf, Mann. Der hat einen Boden. Mit Glas. Ja, der hat einen Boden. Ja. Schieß mal an, wenn denn. Ich hab keine Pfeile. Der hat noch irgendwas in der Jacke, was ich nicht sehe. Wenn die Weste noch geht, würde ich die nehmen, wenn's geht. Ich hab's nicht... Ich hab nur die Sachen rausgeschmissen. Was hat der für ne Weste an? Weiß nicht. Oder schon vorbei. Ja, schon vorbei. Aber Rucksack hat der gar nichts? Hä? Die sind leer, die Sachen. Wenn du sie aufnimmst, dann wird's besser. Nein. Ne, ne, ne. Auch wenn man was reinlegt, aber da ist nix drin irgendwie. Hm. Hm. Dass wir jetzt schon zu viel sind, weiß, wüsste ich gar nicht. Die Weste geht nicht, ne? Hat jemand von euch das? Braucht jemand ne Weste? Boah, ich kann dich mal gut equippen. Warte mal. Was für ne Weste ist das? Ne, ne, ne. Braust du nicht, brauchst du nicht. Ne Jacke? No. Was ist das denn für ne Weste? Brauch ich nicht. Okay. Wie gesagt, ich will freundlich aussehen und auch freundlich bleiben. Natürlich. Was? Das siehst du ja auch. Hast du Pfeile für deinen Bogen? So selten. Ne, hab ich. Musst du selbst craften, oder ne? Kann man ja, aber Hühner sind noch seltener als Pfeile. Ja. Und du brauchst jetzt für Federn. Ja. Das stimmt wohl. Was irgendwie recht lächerlich ist. Ja. Ja, was machen wir jetzt? Ne, ich muss kurz nachdenken. Ich schlau mal nach Elektro, scheiß drauf. So, ich hab eh nichts zu tun. Boah, komm. Mal gucken, ob ich den sehe. Na gut. Ja, im Spiel ja. Das ist ganz gut. Eigentlich könnten wir, wenn wir uns jetzt nachher alles zusammen treffen, das Experiment mal versuchen. Jetzt wäre eh egal. Handschellen hab ich. Was hat der denn, was hat der denn für ne Waffe überhaupt? Aufschlösschen. Handschellen hab ich ja auch. Ne SKS vielleicht? Ne Mose? Ich weiß auch, ob jetzt noch das Vero-Grasen gekommen ist. Der hat ne Achsenhand gehabt, ja. Der hat ne Waffe in ne Hand gehabt, der Typ. Oh Gott. Ein toter Zombie auch, mein Gott. Warte. Brauchst du eigentlich noch was? Victor. Geht euch. Geht, Matsch. Hier ist noch Wartemschuss. Ich hab voll irgendeinen Zombie getroffen und der lebt ja noch. Ich hab voll irgendeinen Zombie. Ich hab voll irgendeinen Zombie. Da muss ich nochmal sein. Ich hab voll irgendeinen Zombie. Ich hab voll irgendeinen Zombie. Da muss ich nochmal jetzt lauf. Da muss ich nochmal weitergehen. Da kommt ja zu. Ich hab mal was, ich sag's. Danke. Ganz, äh, am ersten und, äh, auf Platz Im ersten Platz ist nichts Und unsere Frauen nicht Ich kann da nichts reinlegen Wir werden aus uns versetzen, ganz klar ab Hier ist noch ein Schlüssel, wenn ihr noch habt Ich hab ne Säge Säge? Endfalls, nehmen sie mit? Ja Die ist auch zu Tarnschellen gut Ja Also, seid ihr immer noch da beim Bahnhof? Ja Ich würd da langsam weggehen Ihr habt schon zu oft geschossen und so Der lauert noch Wollte ich das nicht blöd zeigen Hm, du vergisst eins Das ist sehr wohl blöd Sollte man keinen unterschätzen Okay, wir haben auch Das war am Eastclubs hier Gestern Naja, fast gewonnen Ich hab eben Fast gewonnen Eben bin ich in die Feuerwehr rein mit einer Axt Und hab zwei Tüten weggeaxelt Zwei bewaffnet Weggeaxelt Gewonnen Jaja Einer lag da auf dem Boden, ne? Gerade eben Welche Axt? Ja Wir laufen jetzt rein Also da, in der Feuerwache unten Da war noch einer, der den Kaffee verarzt hat Und einer mit einer Magnum in der Hand Und ich bin einfach rein, hab zuerst den Magnum ausgeschaltet Ich seh doch nicht Und bevor der andere seine Wache ziehen konnte Da hab ich den auch weggebracht Und der mit der auf dem Boden lag, dann ist das los Den hab ich dann noch gefällt Hey, da steht einer rum, ja Wer ist das? Der hier mit der Maske rumsteht Wo? Der lockt sich ein, der lockt sich ein Der lockt sich ein, bitte Gegner, Gegner, Gegner Scheiße Da hinten stehen welche? In der Feuerwehr? Geht er weg? Geht er weg? Mann, du rennst mir vor Und Zombies neben dir Und Da kommen noch mehr Zombies auf euch zu Ich loote, ich muss mich mal verbinden kurz Ja, zurück Und in welcher Feuerwehr bist du drin, wenn du die zwei anhörst? Der ist hier drin, der ist hier drin Einer ist hinten reingekommen, ne? Der ist hier hinten Alter Ich kann nicht nachladen Drin in der Feuerwehr Ich hab auch so'n Bug Ich hab so'n Bug, schieß ihn ab, schieß ihn ab Ich bin gleich Ich bin gleich mit Streifer wieder da oben Cool Wir hatten einen roten Rucksack hier Der blutet Ich blute Ich blute Ich blute Wo ist der Typ? Da ist noch einer hinten am Haupteingang vorne, glaube ich Ich bin an der Ecke Du bist am hintereingang gerade reingegangen, ne? Mhm Ich muss mich verbinden, ich muss mich jetzt verbinden Wie wüsst du? Ich steh' in der Feuerwehr Ist jemand hinten? Ich steh' vor der Feuerwehr Ja, ich seh' dich Aber sonst seh' ich keinen Ne, sag's rein, wenn ihr reinkommt Ja Hinten, die noch ein Stacker Den roten haben wir abgeknallt, oder nicht? Ne, ich hab' ihn nicht abgeknallt Ich hab' ihn nur nicht in dem Ich geh' rein, ich muss mich verbinden Also habt ihr jetzt alle getötet, ja? Nein Der Rote, da hier war so ein Stacker vollkommen rot Ok, hier ist noch Schuss. Das war fantastisch. Das ist ja wie die Weltuntergang. Kann man einer seine Mikro-Sensivität runterstellen? Jetzt zum zehnten Mal oder was? Haben wir jemanden abgeschossen? Ist es gespielt über... Neben mir hat dir jemand nachgeladen. Rechts neben mir. Sag mir, ob ihr den Typen in Rot abgeschossen habt. Manchmal denke ich, ich rede mit mir selber, Alter. Da kommt jemand mit einer roten Mütze und so. Ja, ich frag das mal. Habt ihr den abgeschossen oder nicht? Der kommt rein, der kommt hinten durch den Hintereingang rein. Lukas, hinter dir, Lukas. Der ist hinten, der ist hinten. Der steht da, glaube ich. Oder der läuft rum, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Hinter dir, Lukas. Hinter dir, Lukas. Hinter. Schau auf die hintere Tür. Der Tür ist die Hintereingang, die Hintereingang. Nein, Haupteingang rechts. Guck mal da. Da, ich seh'n. Wohin? Ne, ist'n Zombie. Der müsste rechts am Haupteingang sein. Ey, Dennis, Alter. Sag doch mal was. Das ist dein Team Speedman. Mach doch mal hier Ordnung, Mann. Wie heißt'n? Der ist mehr... Boah! Ich weiß ja nicht, wer das ist. Wie ist'n das? Mit den Autos im Hintergrund. Ist einer von euch. Ist hinter dem Stall. Wir kennen uns alle und wir zocken alle schon ewig zusammen. Und das Problem hatten wir noch nie. Ja. Ist weder dieser Lenz oder der andere da. Er ist hinterm Stall. Nur bei mir ist das irgendwie nicht. Sonst wär das schon gestern gewesen. Die beachten mich nicht. Keine Ahnung. Deswegen sag ich, Dennis. Sag du mal was, Mann. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, was soll ich denn sagen? Äh. Aus? Wir wissen ja nicht. Ja. Lukas, ich glaub das ist bei dir. Versuch mal die Sensibilität runter zu stellen. Ich glaub der ist hinterm Stall. Vorsicht. Hinter dir. Ja Mann. Hilf mir. Ich hab's grad extra deaktiviert gespielt. Mach mal den Zombie kalt. Den Zombie, bitte. Den Zombie. Schieß mal auf den Zombie. Schieß auf den Zombie. Geh doch nicht dahin. Ey, yo. Dieser Stun Button, ne? Der hat Elektroschocks oben drauf. Geh ihm helfen, Mann. Oder sowas. Den Ding. Ah, krass. Oh, wie cool. Hä, das sieht aus wie LED-Ding. Ja, man hat da grad Batterie reingetan, ne? Der schockt die ganze Zeit mit Strom. Richtig geil. Waaah. Hilf ihm doch, Mann. Wo er schießt. Ich dachte, das wär irgendwie... Ich hab ihn getötet. Äh, darfst du alleine? Er ist tot, er ist tot. Zombies kommen. Kann ich nachher das jemand mal an einem von euch ausholen? Oder kann das jemand an mir ausprobieren? Er hat ne SKS. Welche Polizei... Welche Feuerwehr seid ihr? Westliche, also südliche. Wir hatten keinen Rucksack mit nem guten Scope. Boah, wer schießt auf mich? Wer hat da mit der Pumpe geschossen? Das ist einer von uns doch. Oder wie? Der Lukas, okay. Wieso? Ich komm zurück. Ich hab meine ganze Munition vollschossen, Mann. Ja, komm zurück. Sind jetzt alle tot? Ja, ich hab einen getötet grad. Meine Beine sind irgendwie gebrochen. Jemand muss mir meine Beine hier fixen. Was ist mit dem roten? Was ist mit dem roten? Hinterm Haus ist einer... Hinterm Haus ist einer. Mit dem roten Helm hat mich... Ey, komm hier rein, Mann. Ich kann mich anders nicht beschützen. Oder es crafte mir... Ne, ne, der andere... Es lebt noch ein Typ. Ich kann dir jetzt grad nicht helfen. Du musst da campen. Ja, ich hab... Den Hintereingang hab ich ein Visier. Aber hier vorne... Warte, der müsste im Norden sein. Nördlich von der Feuerwache. Also... Wenn der... Wenn der aus dem Haupteingang rauskommt... Rechts. Da müsste der irgendwo stehen an der Ecke. Ja. Hm. Halt mir alle kurz die Fresse, bitte. Ja, der Zombie... Achso. Es ist bei Bracca. Ne, du hast ihn getötet. Bracca, du hast ihn getötet. Das mit dem Auto ist bei Bracca. Ja, das ist halt bei mir. Das... Ich hab's ja auch gemütet, wo... Wo ich mich so aufgeregt hab. Du musst einfach nur die Sensibilität hoch... Hochstellen. Lukas, du stehst wieder auf. Aufnahme. Verbind dich, verbind dich. Oder, äh... Push-to-Talk oder sowas. Und es dauert sehr. Ja, ich brauche mal Push-to-Talk oder sowas. Ja, es ist halt schwer werden, denn, äh... Gerade bisschen ungünstige Silvation. Ja, Disconnection macht das. Ungünstige Silvation auf jeden Fall gerade. Ja, definitiv. Boah, ich brauch nur so ne... Boah, das ist Autos, ey. Ich raste aus. Wer blutet hier? Ich. Hm. Ich helf dir gleich. Könnt ihr mir Stücke besorgen? Oder Morphium geben? Ich hab mal alle Sachen rausgelegt. Aber jetzt wartet's mal kurz. Erstmal meine Ziege... Magazine muss... Wegweiden... Ich hol... Ich hol dir was. Hilf mir beim Campen. Mhm. Hol dir einen Stock. Kannst du aus ne Hecke das machen. Ist einfacher. Ja, ja. Such ne Hecke. Da läuft ein Bombi... Feuerwache zu. Scheiße. Äh... Von... Von Osten aus. Müssen wir töten. Weil hier viel zu viel Lot rumliegt. Zum Hintergrund. Zum Hintergrund. Ja, der kommt wahrscheinlich durch den Hinter... Äh... Eingang. Ich hab bloß überhaupt... Ich muss nicht mal Nachnamen. Der wird mich erschlagen, ne? Ne, der rennt einmal rum. Der rennt auch im Norden rum. Ich bin tot, ja. Wieso? Wieso? Aber wie jedenfalls ist es jetzt mal besser, oder? Ne, du bist tot. Das ist ne. Kommt der vorne rein, ne? Du musst weg, ich muss weg. Ich hab's pusht ein Tor. Ja, wenn du gehst, hast du immer diese Scheiße. Du musst es nur machen, dass es weniger aufnimmt auch. Dass auch wenn du gehst, dass du diese... Wo kannst du mir den Stock draus? Wo, an der Straße? Ja, halt. Du musst es hin. Es ist weg. Es ist weg. Es ist weg. Der Stock ist weg, laber nicht. Vielleicht im Inventar irgendwo. Ne, ich hab schon geschaut. Mann, ich muss hier weg. Ich komm hier nicht weg. Die brauchen Munition für die... So, wer ist denn jetzt wo? Wir sind in der Feuerwehr. Ne, wo soll ich hinkriechen, Mann? Der südliche, nein, der östliche. Westliche. Ja. Wieso bist du tot eigentlich? Wieso liegst du da tot in der Ecke? Das versteh ich nicht. Weil er auslosen wurde oder so. Der steht doch neben uns. Ja, ich weiß jetzt nicht. Soll ich mal da runterkommen? Mit dem Rücken? Ja, das brauchen wir für den Support hier. Das sind viel zu viele Gegenstände. Du kannst auch fett looten. Wir sind ein bisschen riskant. Ja, aber ist jetzt ganz raus aus dem Spielen oder was? Wir wissen nicht, ob alle tot sind. Ich glaub, der kämpft mit seinem Weg. Hört ihr mich nicht, oder was? Doch, wir hören die schon. Wer war mit dem orangenen Rucksack hier? War der Lukas. Das war ich. Und wieso bist du jetzt hier weg? Wieso liegst du jetzt da? Ja, aber ich wurde... Draußen war einer. Ich hab's auch nicht gesagt. Wegen dem Mike. Wegen dem Echo. Und dann hab ich ihn abgeknallt. Boah, du hast einen. Ja, hier der Hit. Und dann bin ich wieder reingelaufen und bin halt verreckt. Keine Ahnung. Dann hab ich jedenfalls schnell umgeschaltet. Und du hast dich selber umgeschossen. Abgeschossen, oder wie? Hat das beendet geklickt? Nein, nein. Den hinteren hab ich abgeknallt. Also draußen hab ich einen abgeknallt. Der hat mich auch erwischt. Ich bin wieder rein. Aha, und dann? Ohmächtig geworden. Genau, ohmächtig geworden. Und dann hab ich kurz das mit dem Mike gemacht. Und dann... Scheiße, ich hab keinen Schuss mehr. In meine AK. Ich hab was hinweg. Ich hätte dich doch gerettet. Oder... Versuch's wenigstens. Du hast grad hier einen abgeschossen, ja? Noch einen, ja. Kannst du mir diese Stöcke geben, oder... Denn ich bin hier voll nutzlos eigentlich. Achso, ja, fuck, warte Sekunde. Das ist echt... Camp meine Rucksäcke. Ja, man. Gib mir schnell die Stöcke, man. Ich komm nicht weiter. Oder Morphin. Die Stöcke sind halt weg. Okay. Ja, okay. Und mein Verband. Einfach so. Ja, die machen's irgendwie... Schwer hier. Auch wenn ich auf irgendwas treffe, man. Ich... Ja, deine... Deine Person liegt hier voll. Deine Sachen liegen hier. Ja, ich weiß. Da kommt jemand... Da kommt jemand aus... Von Norden. Haupteingang... Haupteingang rechts. Mit ner Axt in der Hand. Und... Gutem Rucksack. Alter. Ich glaub grüner... Grüner Mountain Bedfekt. Bin ich, bin ich. Ne, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Achso, Alter. Ja. Junge. Hier. Hey, das ist... Bei sowas weiß ich echt nicht, ob ich schießen soll oder nicht. Da muss man immer Feuer sagen, wenn man reinkommt. Oder... Hallo, ich bin da. Ja, genau. Das ist gut. Geh damit. Hey, ihr seid denn Elektro, gell? Elektro war das. Obwohl ich keine Frakturzei... Kein Frakturzeichen hab, kann ich nicht... Nichts machen. Oh, yes. Scheiße. Ja, jetzt geht's. Oh, Alter. So. Brauch AK-Munition, sonst bin ich am Sack. Äh, ne. Eine 4-Munition. Äh, ja. Ich hab die. Wie seht's hier mit den Leuten, die hier gestorben sind? Das ist der mit den roten, auf den Scheiß. Warte, ich komm mal runter, ich geb dir die. Ich schlauch ein bisschen Umweg. Ich hab das besser. Stopp, wir bleiben hier. Die kann man auf jeden Fall losen ohne Ende. Nein, gibt es eine, frage ich gerade. Ja, müsste ja. Wo war hier einer hinter den... Helms... Ne, obwohl, eine Feuerhose weiß ich nicht. Hier hast du noch jemanden abgeschossen, nicht? Hier hab ich... Hier hinterm, hinterm Kanister hab ich einen abgeschossen. Der hat den guten Loot. Schau dir das mal an. Der hat den Scope auch. Kann ich deinen Rucksack haben? Ja, nehm deinen Rucksack mit. Aber ich brauch die Munition. Gibt es eine Munition für mich? Nein, keine. Ich komm von Norden von dieser Scheine hier runter. Jetzt kann ich glaube ich einen Zombie. Ich hab auch einen Zombie gehört. Okay. Dennis, wenn du mich siehst, ich hab Feuerwehrjacke an und Helm. Dann bist du super. Ach, hast du auch eine Feuerwehrjacke? Geil. Ja, eine schwarze SKS. Okay. Ich hab sogar noch eine. Ja, hier liegt auch noch Munition direkt rum vor. Für die SKS. Ne, ich hab selber eine. Ich schütze ihn gut vor Kälte oder so. Ah. Geht mir noch ein verdammtiger Rucksack. Ich hab überhaupt einen Rucksack gehabt. Was für einen brauchst du? Ich hab ein paar. Er hat aber zurückgeschossen. Wir können aber überlegen, ob ich überhaupt einen Rucksack anziehen möchte. Ja, ja. Ich hatte bloß drei Magazine. Das war halt bloß mein Vorteil. Ey, meine Sachen sind ausgezogen worden. Hacker. Meine auch. Meine auch. Nein, fast. Ich verpiss mich. Ich verpiss mich. Ich verpiss dich. Ja, verpiss dich. Ich verpiss mich. Versucht die Sachen wieder aufzunehmen und euch aufzulocken. Ich hab die aufgenommen und bin ausgelacht. Die Exe... Ich... mich zieht hier aus. Wer geht aus dem Teamstrick raus? Das ist... Krass. Ich hab's genommen. Ich bin einfach nur mal sicher. Okay, Hacker im Teamspiel kurz war. Ey, du musst dich aus dem Teamspiel raus stehen deswegen. Und tot. Mose in Schuss. Ja, man. Ausgezogen und tot. Ja... Keine Ahnung, man. Wir übereiden sich als Hacker. Ja, das... Ja. Irgendwie schon. Hammerhart. Ja. 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 Ey, Chiss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020